Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma amma ba'd Alles Lob gebührt Allah dem Herrn aller Beten und ich bezorge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf Au sa Allah der Allmächtige und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist Liebe Geschwister, wir werden heute inshallah ta'ala fortfahren und zwar haben wir das letzte Mal über das Kapitel Al-Takfir gesprochen und das ist ebenfalls eine Grundlage, über die wir natürlich auch als Muslime wissen müssen, wie wir damit umgehen denn das hat zu viel Übel geführt es wurde viel Blut vergossen aufgrund der Unwissenheit bezüglich dieser Thematik und wir wollen inshallah ta'ala richtig erlernen, wie die Regeln von Ahlus Sunnah wal Jama'ah sind Deswegen, liebe Geschwister, merkt euch, Ahlus Sunnah wal Jama'ah ist das Entscheidende für uns für uns ist nicht entscheidend, was irreführende Gruppierungen oder irregeleitete Gruppierungen sagen oder tun sondern Ahlus Sunnah wal Jama'ah ist unser Maßstab Das ist die einzig wahre Gruppe, die auf dem richtigen Weg ist Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht von dieser Gruppe abweichen lassen Und das letzte Mal haben wir schon etwas begonnen zu sprechen über den Taqfir Was haben wir gesagt, was bedeutet der Taqfir? Was bedeutet der Taqfir? Nah, jemanden aus dem Islam auszuschließen Das heißt, wenn wir sagen aus dem Islam, dann reden wir über jemanden, der sich dem Islam zuschreibt natürlich, wir reden nicht über einen Juden oder über einen Christen Wir reden über wen? Über Muslime Diese Leute meinen wir Und darüber werden wir heute inshallah ta'ala reden Das letzte Mal haben wir einen allgemeinen Ausblick gegeben Und heute wollen wir über die Scheinargumente der Khawarij sprechen und der irregeleiten Taqfiriyin Diese Leute, die diesen Manaj falsch verstanden haben und demnach viel Blut vergossen haben Was sind die Scheinargumente der Khawarij? Die Khawarij ist natürlich eine irregehende Gruppierung Die haben wir das letzte Mal auch mit erwähnt Und das waren Leute, die gesagt haben Wenn jemand eine große Sünde macht, ist er raus aus dem Islam Das heißt, wenn jemand Alkohol trinkt, das ist eine große Sünde Dann ist er kein Muslim mehr Wenn jemand lügt, das ist eine große Sünde Dann ist er kein Muslim mehr Wenn jemand Sinner macht, das ist eine große Sünde Bei ihnen ist er kein Muslim mehr Wir sagen, Ahlus Sunnah wal Jamaah Er hat eine große Sünde begangen Aber er ist dadurch nicht ein was geworden? Ein Kafir Das ist eine Sache, die sie natürlich mit Wulm gesagt haben Und das ist gegen die Religion Allah Und sie haben gelogen Und vorweg, liebe Geschwister Es steht nicht in den Akidabüchern Der Khawarij von sich selber Dass sie sagen, bei einer großen Sünde schließen wir aus Aber das ist die Praxis, die wir kennengelernt haben Nochmal bitte Die Khawarij selber haben nicht ein Buch über sich geschrieben Und geschrieben, wir schließen bei großen Sünden aus Nein, aber wir haben das gelernt Dass sie das machen Und das ist nur eine Ziffer Nur eine Eigenschaft von ihnen Und natürlich, wer sind die Enkelkinder von den Khawarij heute? Die, die wir als Takfiris bezeichnen Was sind ihre Scheinargumente? Das erste Scheinargument, was diese Leute haben Die Khawarij Das heißt, dass sie glauben Eine Verbindung zu haben Wenn jemand jetzt zum Beispiel den Kuffer macht Dass sie sagen Dieser, der den Kuffer macht Ist automatisch auch was geworden? Ein Käfer Ja, ich war Barak laufikum Jazakallah khairan Achil Karim Achil Karim Allah Er hat schon mitbekommen Na So Das heißt Ahlus Sunnah wal Jamaah Bitte aufpassen Sie sagen Wenn jemand eine Tat vom Kuffer macht Heißt das nicht automatisch, dass er Was? Ein Käfer geworden ist Das ist was Ahlus Sunnah wal Jamaah sagen Das heißt Ahlus Sunnah wal Jamaah sagen Wenn hier die Tat ist Und dort die Person ist Dann können wir nicht sagen Wenn die Person eine bestimmte Tat gemacht hat Dass er automatisch dadurch auch ein Käfer geworden ist Sondern Dieses hat Hinderungsgründe Bis wir ermitteln, dass diese Person Dann auch tatsächlich ein Käfer geworden ist Müssen wir diese Hinderungsgründe vom Weg räumen So dass wir dann sagen können Dieser Kuffer fällt auch auf diese Person Heißt das, wir haben kein Takvir? Ja oder nein? Wir haben Takvir Aber wir haben den Takvir, der was begleitet ist mit Oder von Bedingungen Bedingungen und Hinderungsgründen Die aus dem Weg geräumt werden müssen Nochmal bitte Ahlus Sunnah wal Jamaah hat Takvir Aber nicht der Takvir, der Takvir ist Und nicht der Takvir, der Chawarit Sondern der Takvir, der bedacht ist Von Leuten des Wissens Die auch diese Bedingungen Und die diese Hinderungsgründe Vom Weg räumen Und dann auch ein Urteil geben Wie das ist Schaut mal, ihr könnt das ungefähr vergleichen Wie die Gelehrten das vergleichen Sinnah Wenn jetzt jemand als verheirateter Mann Oder verheiratete Frau Sinnah macht Bayib Was ist die Strafe nach islamischem Recht In einem islamischen Land? Die Steinigung Zack Bayib Jetzt kommt einer und sagt Der hat Sinnah gemacht Okay Der verheiratete Mann Oder die verheiratete Frau hat Sinnah gemacht Reicht das für den Richter Dass er jetzt das Urteil verhängt Ja oder nein? Das reicht nicht Sondern was will der Richter? Beweise Heute geht es auch Heute geht jeder rum Der ist careful, der ist careful Das ist nicht unser Manager So Der, der Überlegt mal Wenn das bei Sinnah ist Was ist Takvir? Höher oder Niedrier Dann sagt der Richter Beweise So Wenn er jetzt auch Beweise bringt Reicht das jetzt dem Richter? Nein Was will der Richter haben? Bitte? Vier Zeugen Die das mit Auge gesehen haben Dann erst gibt es die Steinigung Wisst ihr wie viele Steinigungen es gab In der Geschichte Vom Propheten Sallallahu alaihi wa sallam Zwei Stück Die beiden haben sich selber angezeigt Die beiden haben sich Selber angezeigt Es gab außer diesen Fällen Keine andere einzige Steinigung Warum? Ist das natürlich Dass man mit vier Zeugen das sieht? Überleg mal Es reicht nicht nur Wenn du jetzt in eine Wohnung reingehst Du siehst zum Beispiel Ein Mann Der läuft nackt raus Angst um sein Leben Und du kommst ins Schlafzimmer Die Frau liegt im Bett Reicht das als Beweis? Das reicht nicht Sondern Osama Wie viele Zeugen? Vier Zeugen Die was? Den Akt bezeugt haben Ja ich war Wenn das bei Sinna ist Subhanallah Und wir reden über Takfir Das reicht nicht dem Richter Dass er hier ein Urteil verhängt Und dass er dann sagt Okay Die Sache ist gegessen Auzubillah Sondern das ist religiöser Maßstab Und dieser religiöse Maßstab Braucht vier Zeugen Die alle gleichzeitig Diesen Akt gesehen haben Wie soll das gehen? Und deswegen Gab es auch diese Steinigung nicht Deswegen gab es diese Steinigung nicht Und daher liebe Geschwister Haben wir erstmal klar gesagt Eines der Scheinargumente Von den Chawarits Beziehungsweise von den Takfiris Die sagen Wer Kuffer macht Auf ihn fällt der Kuffer Und das Problem Weil sie kein Wissen haben Sie haben nicht von Gelehrten gelernt Sie haben nicht von den Leuten Des Wissens gelernt Also kehren sie zurück Zu was? Zu was? Vom wo nehmen sie ihr Wissen? Vom wo nehmen sie ihr Wissen? Aus? Büchern? Ob sie lesen oder nicht lesen können Die meisten können nicht lesen Und sie fragen irgendjemanden Ja, ist doch, oder? Was sagst du? Das ist ihr Wissen Das ist ihre Wissensquelle Sie haben nicht von den Gelehrten gelernt Tayyir Was wollen wir damit sagen? Es heißt noch lange nicht Wenn jemand Kuffer macht Dass er auch dadurch Ein Käfer geworden ist Wir werden die Beweise dafür anbringen Natürlich Und ich habe euch das letzte Mal Schon einen Beweis gegeben Dass nicht derjenige Der automatisch etwas macht Dass er auch damit Betitelt werden kann Was haben wir als Beispiel gegeben? Ihr könnt euch erinnern Denkt mal darüber nach Bezüglich des Alkohol Das es einen gab Abdullah ibn Himar Der hat was? Immer Alkohol Getrunken Bis ein Sahabi Über irgendwas gesagt hat Allahs Fluch auf dich Weil der Alkohol ist verflucht Der Prophet s.a.w. sagte Allah soll den Khamr verfluchen Und denjenigen der ihn trinkt Ja, hat Abdullah ibn Himar Ihn getrunken? Er hat ihn getrunken Aber Als dann ein Sahabi gesagt hat Allahs Fluch über dich Was hat der Prophet s.a.w. gesagt? Verfluche ihn nicht Denn er liebt Allah und seinen Gesandten Heißt das Der Chukm ist auf ihn gefallen? Ja oder nein? Das Urteil Weil Der Prophet s.a.w. selber hat gesagt Allah soll den Khamr verfluchen Und der Sahabi hat dir gesagt Okay Dann verflucht seist du Aber er sagt Nein Weil Der allgemeine Chukm Ist nicht was Auch das Urteil über die Person Bedeutet Wenn wir sagen Z.B. Derjenige Der diese und jene Tat macht Ist Khafer geworden Das ist überhaupt kein Problem Diesen Diesen Takfir nennen wir Das ist der absolute Takfir Der betrifft nicht die Person speziell Sondern wir sagen Seine Tat ist Khafer Und hier gehen wir mit den Chawarij mit Aber auch nur bis hier Den Rest machen wir nicht mit Das heißt Wenn jetzt jemand z.B. Wenn jemand z.B. Zu einer Zu einem Grab geht Und er sagt Gebe mir Kinder Oder er bittet einen Propheten Oder er bittet einen Rechtschaffenden Was ist seine Tat Kleiner oder großer Kuffer Großer Kuffer Richtig Oder Schirk Beziehungsweise Pein Heißt das jetzt automatisch Die Person ist Muschrik geworden Lasst uns hören Was Argumente dafür sind Dass derjenige Der eine Tat Vom Kuffer Vom großen Kuffer macht Oder vom Schirk macht Nicht gleich ein Khafer wird An Abdillah Ibn Abi Aufa Radyallahu an Kala Lama Qadima Mu'adun Minasham Sajada Lin Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallama Als Mu'ad Ibn Jabal Und Mu'ad Ibn Jabal Radyallahu an War einer der Wissensten Unter den Sahabern Später gewesen Er wird Ein Schritt Vor den Anderen Sahabern Im Paradies Radyallahu Anhu Was hat er gemacht Er kam zum Gesandten Sallallahu Aleyhi Wasallama Und das war nachdem Schon die Ayat Offenbart worden sind Wo Allah Azzawajal Sagt Er wirft euch nicht Vor der Sonne Vor der Sonne nieder Und vor dem Mond nieder Und so weiter Und so fort Er hat sich Vor dem Propheten Sallallahu Aleyhi Wasallama Niedergeworfen Sujud Sujud Li Ghairillah Das heißt Sujud für Allah Oder für den Propheten Sallallahu Er hat vor ihm Die Niederwerfung Vollzogen Ah Alhamdulillah Hat er das nicht Vor einem Khariji Gemacht Vor einem Takfiri Gemacht Der hätte ihn sofort Vom Islam Ausgeschlossen Schaut mal Den barmherzigen Rasulullah Sallallahu Aleyhi Was hat er gesagt Die Überlieferung ist Bei Ibn Maja Und bei Ibn Hibban In seinem Sahih Und Sheikh Al-Albani Rahimullah Ta'ala Sagt Sie ist Hassan Sahih Er sagte Was tust du Weißt du überhaupt Was du gerade getan hast Du hast dich Vor jemand anderen Niedergeworfen Aus Als Allah Subhanahu wa ta'ala Was sagte Muaf Er sagte Ja Rasulallah Ich bin nach Scham gekommen Und ich habe gesehen Wie Damals Die Leute Das für ihre Großen Leute Gemacht haben Das heißt Für ihre Könige Für ihre Angesehenen Leute Sie haben Für sie Den Sujud Gemacht Also Was hat Muaf Gedacht Wenn man Für solche Leute Die Keinen Wert Haben Sujud Macht Dann erst Recht Für Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Schau mal Wie sein Denken War Subhanal Malik Jail Was ist Das Jail Dann Sagt Der Gesandte Sallallahu Aleyhi Wasallam Das heißt Mach nicht Noch mal Sujud Von mir Omo Ad Fainni Lau Kunntu Amiran Achadan An Yasjud Ligayr Allah Lä Amartu Lmarata An Tasjud Ligayr Zawjiha Walladhi Nafsi Muhammed Biyadi La Tuedi Lmarata Hacq Rabbih Hatta Yuedi Hacq Zawjiha Hatta Tuedi Hacq Zawjiha Und Er Sagt Zu ihm Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Tu Das Nicht Wirf Dich Nicht Das Nächste Mal Vor Mir Nieder Denn Wenn Ich Überhaupt Jemanden Befohlen Hätte Oder Wenn Ich Die Möglichkeit Bekommen Hätte Jemanden Zu Befehlen Sich Vor Einen Anderen Nieder Zu Werfen Dann Hätte Ich Der Frau Befohlen Sich Für Ihren Sich Vor Ihren Mann Nieder Zu Werfen Aufgrund Der Gewaltigen Rechte Die Der Mann Über Die Frau Hat Aufgrund Der Gewaltigen Rechte Die Der Mann Über Die Frau Hat Und Er Sagte Dann Bei Dem In Dessen Hand Meine Seele Liegt Bedeutet Das ist Die Aussage Von Mohammed Sallallahu Aleyhi Was Die Frau Wird Nicht Das Recht Von ihrem Herrn Allah Erfüllen Bis Sie Das Recht Von ihrem Mann Erfüllt Das heißt Der Mann Hat Gewaltige Rechte Über die Frau Es ist Nicht Eine Leichtigkeit Dass Die Frau Sich ihrem Manny So Verhält Gegenüber wie sie es möchte, sondern wie wir hier gehört haben aus dieser Überlieferung, sind das gewaltige Rechte. Was ist wichtig jetzt für uns aus dieser Sache? Es gab im Übrigen einen aus Saudia, der hat diesen Hadith ein bisschen falsch verstanden. Der hat gesagt zu seiner Frau, jedes Mal, wenn ich rausgehe, wirfst du dich vor mir nieder, bis ich wiederkomme. Hadith sahih, sagte er. Ja, Hadith sahih, aber dein Akil ist daif. Dein Verstand ist ein bisschen schwach. Was sagte der Prophet, wenn ich jemanden befehlen könnte? Kann er? Es gibt nur den Zujud. Schaut mal, liebe Geschwister, bei uns im Islam, du darfst dich nicht vor jemandem niederwerfen. Du darfst nicht mal eine halbe Verbeugung machen, nicht mal eine Viertelverbeugung, nicht mal 0,001 Prozent Verbeugung. Du darfst nicht mal mit den Augen andeuten, dass du jemanden so respektierst, dass du dich vor ihm sozusagen niederwerfen willst. Das ist verboten für uns. Sagt man, ja, aber die Engel haben sich doch vor Adam, a.s.w. niedergeworfen. Erstmal, wer hat es ihm befohlen? Allah a.s.w. Zweitens, was war das für eine Niederwerfung? Eine Niederwerfung der Begrüßung. Schon Unterschied, oder? Begrüßung. Und Allah wird schrückbefehlen, das ist natürlich eine Niederwerfung der Begrüßung gewesen. Was wollen wir jetzt aus diesem Hadith hier herauspicken? Herauspicken tun wir, er hat eine Tat gemacht, die einen vom Islam herausschmeißen. Und wir sagen, Alhamdulillah, Ya Mu'ad, radiyallahu anhu wa ad-da, Alhamdulillah, hat er das nicht vor einem Khariji gemacht. Der hätte ihn sofort vom Islam herausgeworfen. Deswegen, liebe Geschwister, das Problem ist, dass diese Leute nicht die Aussagen der großen Gelehrten verstehen. Sie sagen, wer dieses oder jenes macht, ist ein Kafer geworden. Frage, hat der Prophet nachdem er den deutlichen Schirk von der Handlung von Mu'ad gesehen hat, ihn als Kafer bezeichnet? Also machen wir einen Unterschied zwischen was? Der? Der Tat und dem? Täter. Derjenige, der die Tat begeht. Das heißt, wir sagen von Ahl-Sunna wal-Jama'ah, die Tat ist Kuffer. Aber bevor wir den Menschen als Kafer bezeichnen, gibt es was? Schritte, Bedingungen. Deswegen hören wir mal, was die großen Gelehrten gesagt haben über diese Gefahr des Takfir. Es wird von Imam Malik berichtet, dass er sagte, wenn 99 Gründe für jemanden sprechen, ein Ungläubiger zu sein, 99 Gründe, das heißt, du, wenn du jetzt Takfiri bist, du hast jetzt deine Karteikarten, du hast 99 Gründe geschrieben, bla bla bla, der ist Kafer. Und nur ein Grund, sagt er, spricht dagegen. Das heißt, er spricht für seinen Glauben. So sagte Imam Malik rahimullah ta'ala, dann wird er als Gläubiger gesehen. Vielleicht ist Imam Malik auch einer von den Murji eh. Und so betiteln sie die Leute heute, die sagen, der ist Murji, das heißt, der ist jemanden, wenn er sagt, la ilaha illallah, dann bleibt er für immer Muslim. Wallahi, diese Leute sollten sich schämen. Wenn sie das über Imam Malik sagen, er wird ihnen begegnen, Yawmul Qiyamah. Und diese Leute sind nicht mal der Fußnagelwert von Imam Malik rahimullah ta'ala. Deswegen, das ist eine Sache. Was meinte Imam Malik mit dieser Aussage? Wenn du 99 Gründe hast, dass jemand ein Käfer ist, und nur ein Grund spricht dafür, dann nehmen wir was? Den einen Grund. Warum? Wer sagt mir warum? Warum? Es ist schwer, aber worum geht es hier? Auch richtig. Schaut mal, liebe Geschwister, dass du falsch liegst und jemanden, der Käfer ist, nicht als Käfer bezeichnest, ist weniger schlimm, als wenn du jemanden, der Muslim ist, als Käfer bezeichnest. Verstanden? Das ist ein viel größeres Verbrechen, wie die Gelehrten das erklärt haben. Scheichul-Islam Rahimullah sagte, und man sagt ja, Scheichul-Islam, der hat unseren Manhaj gehabt, sagen die Takfiris und Khawarij, Wallahi, der war am weitesten von euch fern. Liest mal in Majmuhal Fatah, was er alles über die Khawarij gesagt hat. Ihr werdet brechen. Brechen, wenn ihr liest, was er gesagt hat. Scheichul-Islam Rahimullah sagte, ich verdeutlichte den Menschen stets, dass dieses, was von den Salaf und der Imame zuvor gesagt wurde, der allgemeine Takfir war. Was heißt der allgemeine Takfir? Dass wir sagen, die Tat ist Koffer. Also wer dieses und jenes sagt, so ist dieser ein Kaffer. Und dieses ist so und wahr. Jedoch ist es verpflichtend zwischen dem allgemeinen und dem speziellen Takfir zu unterscheiden. Scheichul-Islam ibn Taymiyyah hat sehr viel in seinen Büchern geschrieben, wer dieses und jenes tut, ist Kaffer. Was haben die Irrigenden Khawarij und Takfiris hier für einen Anfängerfehler gemacht? Welchen? Sie haben das als speziellen Takfir gesehen. Und Scheichul-Islam, der 300 Bücher geschrieben hat, circa, so lange können wir nicht mal leben, Rahimullah Ta'ala, hat gesagt, nachdem er diese ganzen Bücher geschrieben hat und die Leute gelesen haben und von den Büchern genommen haben, was auch immer sie wollten und nichts verstanden hat, er sagte, ich bin am entferntesten von den Leuten, die Takfir machen. Taib, subhanallah, hast du seine Texte besser verstanden als er selber? Hast du seine Texte besser verstanden als er selber? So kommt es dir vor bei diesen Leuten. Er sagt dir, Scheichul-Islam sagt, Scheichul-Islam, ja Achhi, das ist allgemein, wer dieses und jedes macht, ist Kaffer. Kein Problem, das kannst du sagen und darfst du sagen und das ist der allgemeine Takfir. Aber wenn es um die Person geht, hier ist jetzt erstmal, aber die Khawarijs haben keine Zeit, der muss ihn schnell zum Kafir erklären, der muss noch eine Sache erledigen, bevor ich einkaufe, bitte, sag, der ist Kafir. Mach das. Scheich Mohammed ibn Abdelwahab rahim Allah ta'ala, wo sie auch behaupten, er wäre einer von ihnen, bei Allah, er ist auch am entferntesten, wenn sie sogar nur hören würden, was er sagt, er sagte, was die Verleumdung, das heißt, dass man über mich lügt und die Lüge betrifft, wie etwa ihre Worte, das heißt, von den Übertreibern der Takfiris, dass wir die Menschen allgemein des Unglaubens bezüchtigen, das heißt, dass wir Takfir einfach auf Muslime machen und dass wir demjenigen es zur Pflicht machen, zu uns auszuwandern, der in der Lage ist, sein Glauben zu bekunden, so ist all dieses eine Lüge. Wer sagt das? Scheich Mohammed ibn Abdelwahab. Und eine Verleumdung, mit der sie, die Takfiris, die Menschen von der Religion Allahs und seines Gesandten abbringen. Jetzt hört was Scheich Mohammed ibn Abdelwahab. Ich bin froh, dass manche Takfiris diese Aussage nicht kennen, weil sonst würden sie ihn auch vom Islam ausschließen. Er sagt, wenn wir sogar den nicht als ungläubig bezeichnen, der Götzen anbetet, wie das Grab Abdul Qadir oder das Grab Ahmad al-Badawi und der Gleichen und dies wegen seiner Unwissenheit und weil niemand ihn auf seinen Fehler aufmerksam machte, wie sollten wir dann jemanden als ungläubig bezeichnen, der Allah nichts beigesellt, alleine, weil er nicht zu uns auswandert und nichts anderes zu Ungläubigen erklärt und begibt. Was meint er damit? Es gab damals die Geschwister dieses Grab von Bad Was haben die Leute gemacht, sie haben Tawaf darum gemacht und den hat man erzählt und das deswegen natürlich welche Situation meint hier Sheikh Mohammed Ibn Abdel Wahab das müssen wir auch verstehen wir sind nicht von dieser Gruppe und nicht von dieser Gruppe Sheikh Mohammed Ibn Abdel Wahab hat damit nicht jeden entschuldigt der das macht passt auf es gibt Gebiete da gibt es kein Wissen und in diesen Gebieten wo es kein Wissen gibt kannst du nicht dasselbe Urteil erstrecken wie in anderen Gebieten wo es Wissende gibt zum Beispiel einer wohnt irgendwo in Cisau Cisau ist das eine Stadt hier in Deutschland Egal Zwickau ne Chalas der wohnt dort er weiß nichts vom Islam eines Tages kommt einer vorbei macht bisschen Dauer mit ihm er nimmt den Islam er nimmt den Islam jetzt sagt er schöne Religion Alhamdulillah dann siehst du ihn eines Tages Schweinefleisch essen du sagst ihm ja das ist nicht Halal er sagt dir was ist los mit dir wieso ist das nicht Halal natürlich keiner hat mir das verboten das ist für mich erlaubt zu essen ist er ein Kaffee geworden aber er hat etwas was Haram ist zu Halal erklärt und jemand der etwas für Halal erklärt was Haram ist das heißt er etwas als erlaubt erklärt was Allah verboten hat das ist Kuffer großer Kuffer warum schließen wir ihn nicht vom Islam aus sein der weiß gar nichts oder Leute die in Afrika sind Tansania oder Subhanallah willst du diese Leute vergleichen mit Leuten in Mekka jetzt aber eine Person der in Mekka lebt wirft sich vor einem Grab nieder ist das dasselbe dieser hat was hat um sich den Koran hat um sich die Sunnah hat um sich die Gelehrte hier können wir nicht ihn vergleichen mit einer anderen Person der überhaupt nichts mit dem Wissen und mit den Gelehrten zu tun hat deswegen unterscheiden wir zwischen dieser Situation und dieser Situation wir sagen nicht über jeden der ein Grab anbetet dass er noch Muslim ist passt auf liebe Geschwister ich habe die Situation klar gemacht und was Sheikh Mohammed abd al-Wahab hier sagte war über Leute die in einem Gebiet leben wo es kein Wissen gibt oder was für eine Möglichkeit was für eine andere Möglichkeit die von diesen irregehenden Sufis großgezogen worden sind ich gebe euch ein Beispiel damals hat ein Sheikh erzählt als er in Syrien gelebt hat möge Allah von allen Tawarid und von den Kuffar bewahren möge Allah alle die gestorben sind als Märtyrer annehmen Syrien war voll von diesen Leuten von den Sufis sie haben sich getroffen am Grab dann haben sie zu dem Vater gesagt von einem Kind was möchte dein Kind haben der Vater hat das Kind gefragt was möchtest du haben das Kind sagt ich möchte ein rotes Fahrrad haben dann haben die das so gemacht dass jemand ihnen ein rotes Fahrrad gekauft hat und ihnen gesagt dann haben sie ihnen gesagt hier ist dein Fahrrad wer hat dir das gegeben wer hat dir das gegeben der Tote im Grab wer hat es gekauft der Schaitan der die Leute sozusagen zu diesem Schirk geführt hat jetzt wächst ein Kind so auf aha der im Grab hat mir das Fahrrad gegeben der im Grab hat das gemacht hat jenes gemacht hat mein Bruder wieder gesund gemacht wollen wir so einen vergleichen der so aufwächst mit jemand der nur Tawhid kennengelernt hat ist das fair das ist nicht fair und der der la ilah illallah sagt er meint was er möchte la ilah illallah praktizieren aber diese Schaitan kommen mit was mit Ayat und Hadith sie kommen mit Quran und Sunnah nur erklären ihm das richtig oder falsch falsch so dass er das falsche annimmt und zum Schluss einen falschen glauben hat wir sind noch beim ersten argument von den was ist ihr erstes argument derjenige der in kuffer fällt ist automatisch ein kaffel wir sagen nein so lange nicht bis wir die bedingungen und die hinderungsgründe geschafft haben was sind die hinderungsgründe liebe geschwister erst mal das heißt die unwissenheit und diese hinderungsgründe vom weg zu räumen ist idjmaah von ahlus sunnah wal jamaah ist was ist idjmaah von ahlus sunnah wal jamaah der erste punkt ist die unwissenheit abu huraira berichtete dass der prophet sallallahu alaihi was sagte es gab einen mann der alles an üblen sünden getan hat die man machen konnte und als er im sterben lag sagte er zu seinen Kindern wenn ich also gestorben bin verbrennt mein leichnam verbrennt mein körper dann zermalt ihn und verstreut anschließend die asche in den wind denn bei allah wenn allah über mich die macht besitzt so wird er mich so bestrafen wie er keinen anderen zuvor bestraft hat und als er gestorben ist wurde mit ihm genauso verfracht und Allah hat der Erde befohlen mit dem Befehl bring alles von ihm zusammen und er hat auch alles zusammen bringen lassen und der Mann stand dann da sagte zu ihm als Allah ihn vor sich geführt hat was hat dich dazu bewegt was du getan hast er sagte dieser Mann die Furcht vor dir oh Herr was heißt die Furcht vor dir das heißt ich weiß was ich für ein Verbrecher war ich weiß ganz genau wenn ich so auferstanden worden wäre wie ich ursprünglich war dann hättest du mich zerstört ja Allah deswegen habe ich das mit meinem Körper veranlasst dass alles verstreut wird weil in der Hoffnung wenn du mich nicht zusammen bringen kannst dann werde ich vor deiner Strafe bewahrt sein so hat Allah ihm seine Sünden vergeben und ihnen das Paradies eingehen lassen das heißt er hat zwei große Arten von Kuffer gemacht welche an was hat er gezweifelt dass Allah ihn wieder zurückbringen kann und die Macht von Allah dass er ihn zurückbringen kann zwei Arten von großen Kuffer die doch mit Ijma Allah gelehrten großer Kuffer sind und trotzdem Allah hat ihn vergeben warum mit welchem Grund sein Scheich Islam sagt über diese Überlieferung ich habe stets diese Überlieferung angeführt damit ich den Menschen verdeutliche dass dieses eine Entschuldigungsgrund und er sagte Scheich Islam um wie viele sind in der heutigen muslimischen Ummah die ebenfalls so eine falsche Aqida haben wie dieser Mann und trotzdem entschuldigen wir sie Allahu Akbar Scheich Islam nicht Abu Barah weil wie gesagt der Takfir hat keine Zeit der muss sofort den Kuffer aussprechen Scheich Islam selber hat mit Leuten diskutiert die heißen Haluliyah das waren Leute von den Jahmiah eine ganz üble Sekte ich will jetzt nicht auf sie eingehen die haben ein Kuffer gehabt was man nur haben kann und diese Leute so sagte einmal Scheich Islam er sagte zu ihnen er sagte zu diesen Haluliyah er sagte weil ich weiß dass das was ihr sagt nichts anderes als Kuffer ist aber ihr seid bei mir keine Kuffar weil ihr nichts anderes als Wissende seid sehr gut ihr passt auf weil ihr nichts anderes als Unwissende seid was wollte Ich gebe dir jetzt ein Beispiel Juden und Christen sind sie Muslime kommen sie ins Paradies sind sie auf dem richtigen Weg ja oder nein nein sagst du das mit Aqida sagt ihr das mit Aqida Juden und Christen sind keine Muslime und kommen auch nicht in das Paradies wenn ihr später eure Meinung ändert werdet ihr Kuffar warum warum weil ihr das gewusst habt jetzt kommt aber einer erliest in Surat Al-Baqarah die Aya 62 er sagt hier aber im Koran steht die Juden die Christen die Zabeah alle wir nehmen alle mit sind alle gläubig und werden ins Paradies kommen jetzt sagt er für mich sind sie Muslime und du darfst nichts anderes sagen ist er Kaffir warum nicht er hat es falsch verstanden mal von dem Unterschied jemand der das weiß hat eine ganz andere Entschuldigung als jemand der das nicht weiß was meinte und hat mehr Eifersucht für die Religion als Sheikh Islam möge Allah uns bewahren lasst uns diese Sache richtig verstehen liebe Geschwister denn wir wollen verstehen dass es Hinderungsgründe gibt der erste Hinderungsgrund ist was was haben wir gesagt die Unwissenheit Al Jahil und gegenüber dem Jahil steht was das Wissen es gibt Leute der sagt dir der soll unwissend sein der hat das bestimmt gewusst geht es hier um dich oder um ihn wer sagt dir dass er das gewusst hat er ist Präsident der ist Minister der ist Stabschef der ist und soll ich euch mal was sagen es gab in der damaligen Zeit der Salaf Gelehrte man hat ihm zwei Ayat vom Koran vorgelesen sie haben gesagt das gehört nicht zum Koran das waren Gelehrte das waren Gelehrte und dann will er mir heute mit einem Stabschef kommen oder Minister oder so der gerade mal gelernt hat wie er sein Pyjama an und auszieht und er denkt automatisch 1 2 3 subhanallah der zweite Hinderungsgrund ist Al-Khata das heißt der Fehler wenn du einen Fehler machst der große Kuffer oder großer Schirk ist bedeutet das nicht dass du raus bist aus der Religion und so gab es das Beispiel in As-Sahihain liebe Geschwister bei Bukhari und Muslim und bei Imam Ahmad rahmatullah alayhim ajma'in als Anas ibn Malik von einer Person erzählt hat der mit seinem Kamel in die Wüste herausgeritten ist und er hat seinen ganzen Proviant auf diesem Kamel gehabt und irgendwann ist das Kamel verschwunden dann hat sich dieser Mann hingelegt um auf den Tod zu warten irgendwann steht er auf wen seht er Mutter Das Kamel und als er das Kamel gesehen hat was hat er gesagt Allahumma anta abdi wa ana rabbuk Oh Allah du bist mein Diener und ich bin dein dein Herr Alhamdulillah hat er ja kein Khariji in der Nähe Was sagte Rasulullah sallallahu alayhi was er hat aufgrund eines Fehlers er hat was aufgrund einer Freude was ein Fehler begann aufgrund der strengen oder wie sagt man übermäßigen Freude hat er einen Fehler begangen hat der Prophet sallallahu ihn als kaffir bezeichnet nein rahmah wo haben diese Leute rahmah einer hat gesagt ich mache nur Dauer um gegen die Leute die Hujjah zu bringen ob sie Kuffar sind oder nicht was ist das einer läuft mit einer Weste durch Berlin steht Kaffir Killa drauf wie viel hast du denn gekillt abu takfir keinen wirst du mit solchen Leuten reden die gibt es die gibt es überall und wir wollen heute ihre gesamten Scheinargumente widerlegen so dass nichts mehr offen bleibt auch für Leute die bislang nicht wussten oder manchmal auch die Aussagen von diesen irregehenden lesen der dritte Punkt ist Zwang Zwang Allah subhanahu wa ta'ala sagt man kaffir billahi min ba'di imani illa man ukrih wa kalbuhu mutma innum bil iman außer der begeht keinen Kuffer der zu etwas gezwungen wurde während sein Herz aber das voller iman ist und diese Eier kam herab wegen wem Ammar Ibn Yasser und die Überlieferung ist bei Al-Tirmidiyo liebe Geschwister Ammar Ibn Yasser wurde von diesen Verbrechern von den Qurayshiten genommen und sie haben ihnen gesagt beschimpfe wen Muhammad sallallahu alaihi wassalam beschimpfe Muhammad sallallahu alaihi wassalam und sie haben ihn in manchen Überlieferungen Inshallah sind sie Hassan sie haben damals schon Waterboarding gehabt die haben eine Schüssel große Schüssel mit Wasser geholt dann haben sie ihnen seinen Kopf hereingetan in diese Schüssel und jedes Mal wenn er kurz davor war die Seele zu verlieren haben sie ihn hoch genommen und ihm gesagt beschimpfe Muhammad das sind jetzt so nebenbei Überlieferungen also hat er was Muhammad sallallahu alaihi wassalam beschimpft und er war so fertig deswegen dann ging er zum Gesandten sallallahu alaihi wassalam und er sagte ja Rasulallah sie haben mich gezwungen dich zu beschimpfen was sagte der Prophet sallallahu alaihi er sagte was fühlst du im Herzen subhanallah hast du so eine Frage schonmal von einem khariji gehört schonmal gehört von einem Takfiri was fühlst du im Herzen so sagte Ammar ibn Yasser radiyallahu an nichts anderes außer außer Glauben so sagte der Prophet sallallahu sallallahu wenn sie es dir wieder befehlen dann mach wieder dasselbe und in einer anderen Überlieferung ebenfalls bei At-Til-Midiyu sagte er der Iman von Muad ibn Jabal ist bis in die Hautspitzen so voll und das nachdem er Mohammed sallallahu sallallahu beschimpft hat bei Ammar Rafa ich bin gerade noch bei Muad gewesen der Iman von Ammar ist bis in die Haut spitzen was voll subhanallah das ist Rasulullah sallallahu alaihi wasalam barmherzig und das vierte ist At-Ta'wil Ta'wil das bedeutet jemand hat etwas interpretiert falsch interpretiert ok jetzt passt auf Sheikh al-Islam sagte über diesen der seine Leiche verbrennen lassen hat und seine Asche überall hingestreut hat wenn er der unwissend war eine Entschuldigung bekommt dann erst recht einer der sich bemüht hat und dabei falsch gelegen hat schaut mal dieser Mann subhanallah wie viel Wissen er hatte möge Allah in das höchste paradies bringen ta'wil und in der zeit von omar und sie haben keinen besseren gefunden gab es sahaba die alkohol getrunken haben und nicht nur getrunken haben es sogar für erlaubt erklärt haben die überlieferung ist bei Ibn Abishayba und Ibn Hajj Er sagte Omar wieso stellst du die Frage dann entgegnete Kudama er sagte ich habe einen Beweis dass ich das machen darf Allah sagt im Koran die Gläubigen die gute Werke machen die Gläubigen die gute Werke machen brauchen sich keine Sorgen zu machen es liegt keine Sünde auf sie wegen der Speisen die sie zu sich nehmen solange sie Allah fürchten auf den Glauben bestehen und gute Werke tun solange werden sie von Allah keine Sünde bekommen wir haben das die Sahaba verstanden sie haben gedacht solange wir Allah fürchten und Gutes tun dürfen wir alles zu uns nehmen nicht nur das sie haben sogar den Alkohol getrunken Jachua getrunken passt auf diese Sahaba Kudama und andere die waren in der Schlacht von Badr dabei reden wir über Leute die noch nie was von der Religion gehört haben in welchem Jahr war die Schlacht von Badr im ersten Jahr das heißt diese Leute haben Ta'wil gemacht haben eine Eier genommen und das was Haram ist zu Halal erklärt Omar hat sie entschuldigt und ihr werdet diese Sätze oft von mir hören aber diese Leute haben mehr Eifersucht für die Religion als Omar hat sie entschuldigt Subhanallah und es gibt andere Geschichten von Omar wo er zugeschlagen hat und weniger zugeschlagen aber im Endeffekt hat er sie nicht als Kuffar bezeichnet das heißt liebe Geschwister das ist ein Ta'wil bedeutet eine Interpretation du hast etwas gelesen vom Koran oder so mich rufen Geschwister an die sagen mir ist der Hadith so zu verstehen ich sage ja Latif Alhamdulillah haben sie gefragt Katastrophe wie sie den Hadith verstanden haben manchmal sind ja die Übersetzung falsch manchmal auch das was er sich selber zusammengereimt hat und dachte das ist so weil er hat auch ein Beweis dafür deswegen warmherzig schaut mal ein Beispiel die Ahbash sie sagen sagen sie Allah ist über seinem Thron was sagen sie wo ist Allah diese Aussage ist Kuffar sagen wir jetzt zu ihnen Kuffar ja oder nein sie sagen zu uns Kuffar das stimmt und lernt das liebe Geschwister dass jemand dir Unrecht antut heißt nicht dass du ihm auch Unrecht antun darfst wenn jemand deine Mutter vergewaltigt darfst du nicht seine Mutter vergewaltigen weil um welches Recht geht es hier oder wer hat das für Haram erklärt Allah subhanahu wa ta'ala das darfst du dann nicht machen deswegen unterscheidet diese Sachen weil manche Leute denken wenn jemand dir etwas so antut dann darfst du es ihm im selben Maße genauso antun das ist falsch und auch hier haben sie AYAD falsch verstanden was haben wir gesagt was ist das erste Argument das erste Argument war ok das erste Scheinargument der Hawaric war was wer Kuffar tut ist automatisch bei ihm Kaffir und wir haben gesagt es gibt Hinderungsgründe bevor wir denjenigen als Kaffir bezeichnen erster Hinderungsgrund was Unwissenheit jetzt haben wir gemerkt es Wissen zweiter Grund was Fehler jetzt haben wir gesehen er hat auch keinen Fehler gemacht dritter Grund was Zwang jetzt haben wir gesehen er hat das aus freiem Willen gemacht ok der Takfiri sagt schnell schnell den vierten Punkt damit wir kaffir vierter Punkt was Tauwil richtig er hat jetzt Fehler in Ta数 gemacht entschuldigt oder Nicht Entschuldigt er hat Fehler in Hatha gemacht in in Iqra in Zwang entschuldigt oder nicht entschuldigt er hat ein Fehler allgemein gemacht entschuldigt oder nicht entschuldigt entschuldigt er hat Fehler im Jahil oder der ist ein Jahil entschuldigt diese Hinderungsgründe sind Ijmah von Ahl-Sunnah wal-Jamaah aber die wissen das alles nicht die wissen das alles nicht es gibt sehr gute Bücher, die Gelehrte geschrieben haben diesbezüglich, liebe Geschwister der zweite Punkt, zweites Scheinargument von den Khawarij und wir werden insgesamt vier behandeln heute schaffen wir nicht alle, heute werden wir zwei inshallah, ich mach das extra langsam damit wir dieses genau erlernen, liebe Geschwister das heißt wenn ein Khawarij oder ein Takfiri sagt, der ist Kafer, weil er davon überzeugt ist, dann verpflichtet er die gesamte Ummah was? dass sie ihn auch als Kafer sehen er kommt zum Beispiel und er sagt dir, dieser Mann ist Kafer, was sagst du über ihn? wenn du sagst, ich weiß es nicht der sagt dir, a'udhu billah ka'farta, ya Raju du bist auch ein Kafer geworden sagst du dir, aber wenn ich ihn nicht kenne egal, sagt er vertrau mir ich weiß, was ich tue was haben wir gesagt? wenn er jemanden als Kafer sieht Wallahi, wisst ihr es wäre kleineres Übel, immer noch Übel aber ein kleineres Übel wenn sie sagen würden ich sehe das so und du siehst das so aber machen sie das? nein, nein, der sagt mein Herz ist das Herz und mein Ijtihad ist der Ijtihad und eigentlich bin ich der Beauftragte vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam die Leute vom Islam auszuschließen deswegen du musst nach seiner Sache musst du Takfir machen auch wenn er dir sagt, der ist Kafer und du sagst nicht Kafer dann sagt er, du bist auch ein Kafer worauf berufen sie sich? es gibt eine kleine Abhandlung von Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahab und diese Abhandlung heißt Nawakid al-Islam das heißt die Auslöscher vom Islam was den Islam ungültig macht und einen Punkt, den im Übrigen Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahab hat das für Gelehrte geschrieben diese Abhandlung weil sie damit umgehen können aber nicht für Leute, die nicht Elf und Ja kennen also haben die Leute das gelesen und nichts verstanden und Katastrophen gemacht Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahab hat einen Punkt derjenige, der den Kafer nicht zum Kafer erklärt ist selber Kafer was haben sie gedacht? aha Muad is Kafer also muss jetzt die ganze Ummah sagen, er ist Kafer weil wir den Kafer nicht zum Kafer deswegen sagen wir euch wenn du lernst nach deiner eigenen Hauer und mit deinem eigenen Verständnis und keine Lehre hast keine Gelehrten hast auf die du zurückgehst oder zu denen du zurückkehrst dann entstehen diese Probleme was meint diese Regel? wer nicht den Kafer als Kafer erklärt ist selber ein Kafer dieses liebe Geschwister meint zwei Sachen erstmal den der mit Beweis ein Kafer ist aus Koran und Sunnah wen hat Allah als Kafer bezeichnet? oder der Prophet sallallahu alaihi wa sallam na Juden und Christen Götzendiener okay klar aber jetzt mit Beweistext klare Namen Abu Jahil Abu Lahab Firaun diese Leute sind klar Kuffar aus Koran und Sunnah was wir an Beweistexten haben wenn du jetzt sagst Firaun ist Mu'min gibt es es gibt diese barmherzigen Leute der sagte ja aber der hat doch zum Schluss wirklich Reue gezeigt Abu Lahab dann ist man ein Kafer dann ist man ein Kafer aha jetzt sieht es anders aus wir reden über Beweistexte die existieren aus Koran und Sunnah wenn du sagst Iblis ist kein Kafer subhanallah und genauso diejenigen über deren Kuffer die gesamte Umma übereinstimmt das heißt Ismailia das heißt Qadjania das heißt Alaouia das heißt Juden Christen alle diese sind Kuffar und das sind die ursprünglichen Kuffar das heißt sie waren niemals in Islam drin habt ihr jetzt die Regel verstanden wenn nicht den Kafer als Kafer bezeichnet ist selber als Kafer das heißt dieses und Abu Barah dann gibt uns den Beweis es gibt ein Ijma der gesamten Umma der Gelehrten Ijma heißt keine andere Ansicht von den Gelehrten das derjenige der durch Ijtihad durch Abmühung als Kafer bezeichnet worden ist nicht in diese Regel reinfällt Ijma das heißt Moaz sagt mir zum Beispiel der ist für mich ein Kafer und du musst ihn als Kafer bezeichnen nein das fällt hier nicht rein sondern was haben wir gesagt die die ursprünglich was Kuffar sind und die durch Beweistext von Koran und Sunnah als Kuffar erklärt worden sind Beweis es gab damals in der Zeit liebe Geschwister einen abgeirrten ein Zalem ein Ungerechten sein Name war Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thakafi dieser war ein Zalem die Gelehrten sagen wenn jede Umma mit dem übelsten Menschen aus ihrer Umma kommt wäre aus dieser Umma Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thakafi ihr glaubt nicht wie viel Blut er vergossen hat wie viele Tausende von Sahaba er getötet hat und er hat sogar den Sohn von Az-Zubair Abdullah Ibn Az-Zubair hat er an die Kaaba gekreuzigt der hat nichts ausgelassen auch vom Kuffar aus sagen ich will jetzt nicht darauf eingehen und so gab es einige unter den Tabi'in die haben ihn als Kafer bezeichnet andere nicht einige unter den Tabi'in haben ihn als Kafer bezeichnet und die andere nicht und was heißt die haben ihn als Kafer bezeichnet weil jetzt könnten die Takfiris und Khawaric kommen und sagen seht ihr die haben ihn doch als Kafer bezeichnet wo ist das Problem das Problem ist dass sie Gelehrte sind und du immer noch Entscher bestens Aufraber ist der Takfir von den Gelehrten ohne Zweifel wallah diese Sachen die wir sagen die kennen sie nicht die kennen sie nicht oder haben sie nie richtig verstanden Taib Taubus einer der Tabi'in es war ein Schüler von Ibn Abbas er hat Al-Hajjaj Ibn Yusuf als Kafer gesehen Ibn Sirin Abu Wa'il und andere haben gesagt nein der ist kein Kafer was sagte Taubus zu ihnen er sagte zu ihnen oh meine geehrten Brüder dieser Mann ist ein Ungerechter oh meine geehrten Brüder das heißt hat er gesagt oh die haben ihn nicht vom Islam ausgeschlossen also sind sie auch wie kommt es dass die Gelehrten unterschiedliche Ansichten haben unterschiedlichen Ijtihad haben und trotzdem miteinander barmherzig umgehen und ihr kennt die Überlieferung von dem Propheten als er die Sahaba geschickt hat zu Bani Kulaida er sagte betet nicht das Aser Gebet bis ihr dort ankommt was haben manche Sahaba verstanden ok betet nicht bedeutet wenn ihr es aber gar nicht schafft dann betet schon mal weil die Zeit ist was ist eingetroffen wir müssen jetzt beten haben sie Beweis dafür natürlich das Gebet ist für die Gläubigen zu festgesetzten Zeiten für nicht die anderen Sahaba haben gesagt nein 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 gehorcht Allah und er hat uns gesagt der Prophet betet nicht er bis ihr dort ankommt jetzt haben manche gebetet die anderen nicht und keiner hat sich einen Vorwurf gemacht wie man miteinander umgehen kann Subhanallah hat der Prophet Sallallam irgendeine Gruppe kritisiert keine jeder hat sein Ichtihad gehabt und trotzdem sind sie zusammengeblieben aha und das Üble bei diesen Leuten die dich verpflichten jeden als Kafir zu sehen dann sagen sie ah guck mal nicht nur der Richter ist Kafir oder der Hakim ist Kafir der Führer auch schau mal die ganzen Gelehrten um ihn herum sie schweigen also sind sie ebenfalls Kuffar das sind Diener des Tawarid Allahu akbar Allahu akbar das heißt sie haben einfach mal die Gelehrten zu Kuffar und Heuchler erklärt seht und die Strafe von Allah kommt bei solchen Leuten wir haben schon hier einige gesehen in Deutschland möchte gern Prediger schaut mal was sie jetzt an Gefängnisstrafe bekommen haben das ist keine Prüfung das ist eine Strafe von Allah weil sie die Gelehrten als Heuchler immer bezeichnet haben weil sie die Menschen schlecht gemacht haben immer Takfir und immer das und alle sind Heuchler außer sie und jeder subhanallah und damit Anwalt nimmt ist Kefir bei ihnen zum Schluss sie haben zwei genommen sind sie doppelt mal Kefir bei uns würden wir das über sie sagen niemals weil wir nicht so schmutzige Herzen haben wie sie jetzt du sagst ihnen schau mal die ganzen Leute subhanallah du hast ihnen gesagt dass wenn du zum Gericht gehst dann bist du ein Kefir geworden jetzt eine Frage was bist du mit deinen zwei Anwälten der sagt dir Ausnahme für mich und deswegen sagte unser Sheikh Möge ihn aus dem Gefängnis befreien es gab Leute die haben immer schlecht über ihn geredet aber als er ins Gefängnis gegangen ist haben sie gesagt der Gelehrte er sagte das gefährliche bei manchen Leuten ist dass sie eine Stufe erreichen wo sie sich als Allah als Rabb sehen dass sie für sich etwas erlauben und für die anderen verbieten ist so oder ist nicht so dieser Abu Qatada damals den haben sie immer gefragt dürfen wir wirklich keinen Anwalt nehmen haben sie gesagt okay okay sehr gut sehr gut wir dürfen keinen Anwalt nehmen okay alles klar dann kam ein Prozess von ihm was hat er Anwalt genommen haben sie ihn gefragt er hat gesagt für mich Notwendigkeit wie für dich ist Notwendigkeit für die anderen Leute bist du besser als sie und so spielen sie mit der Religion liebige Geschwister und subhanallah gab es nicht Gelehrte die mit einigen Herrscher auch Takfir gemacht haben natürlich damals Saddam Hussein so hat damals Sheikh Ibn Baez über ihn Takfir gemacht Saddam Hussein hat diesen Akida von Baez gab Baez ist so eine Gruppierung die haben Baez als Gott gesehen Kaddafi wurde vom Islam ausgeschlossen und andere das heißt nicht dass das deine Aufgabe ist der sagt ja aber was mit denen und denen die müssen wir alle durchgehen sonst kann ich nicht schlafen ist das deine Aufgabe als ob er etwas mit dieser Sache zu tun hat der kann nicht lieben wenn er kein Takfir macht haben wir klare Beweise gebracht haben wir klare Beweise gebracht hat jemand noch was im Herzen offen dann soll er sagen na subhanakallah wa bihamdiki astaghfiru kawadu belegt das nächste mal werden wir die letzten beiden Scheinargumente machen und dann habt ihr alle Scheinargumente weil die haben ja nicht viel weil wenn du vier Gehirnzellen hast passen auch nur vier Argumente na tappad ja 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 hat hat ich meint so na ja die kommen zum Beispiel in Moschee und Spionieren und so, das ist ja auch so eine Frage, das ist ja die Gleiche quasi. Wie ist das da? Muss man auch mit dem? Naja, man kann das nicht so genau vergleichen. Das werden wir das nächste Mal machen bei den letzten beiden Scheinargumenten. Und zwar denken sie auch, diese Leute, das heißt die Khawarij und die Takfiris, dass wenn man sich mit Kuffar verbündet, dass man in jedem Fall ein Käfer geworden ist. Und sie wissen nicht, dass die Gelehrten vier Unterteilungen gemacht haben. Das werden wir das nächste Mal, bi-idnillah, sami al-alim machen. Na, tafadda. Du hast ja jetzt hier mal gesprochen mit den Verbeugungen, die muhannung, aber wie sie es ausführt haben, wenn eine Frau zu einem Bruder kommt, die halte sich nicht die Hand und macht das so, ob wir jetzt dann so die Hand hoch. Nee, das ist keine Verbeugung. Nee, nee, das ist keine Verbeugung. Der Bruder sagt, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau einem die Hand geben möchte und man macht die Hand so, nee, das ist keine Verbeugung. Verbeugung meint, dass man sich vor dieser Person verbeugt. Die Hand auf die Brust zu tun, ist keine Verbeugung. Allah ta'ala, al-alim. Fadda. Ja. Oft kommt auch das Argument von Dita Quiris oder anderen Verbeugungen, dass die sagen, okay, wenn Unwissenheit jetzt ein Hintergrund ist, einen nicht vom Islam auszuschließen, dann bin ich lieber unwissend als Wissenheit. Ja, der Bruder sagt, Dita Quiris sagen, wenn Unwissenheit, wenn Unwissenheit ein Entschuldigungsgrund ist, dann bin ich lieber unwissend als Wissen. Hier sagen wir Ihnen, deswegen habe ich diese Sache erklärt, liebe Geschwister. Wir haben gesagt, wird jede Unwissenheit entschuldigt? Ja oder nein? Nein. Und eine Person, der die Möglichkeit hatte, sich Wissen anzueignen, er eignet sich kein Wissen an, so sagt Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahab, dieser wird zur Rechenschaft gezogen von Allah, für seine Nachlässigkeit, dieses Wissen nicht sich angeeignet zu haben. Das heißt, er wird zur Rechenschaft gezogen. Aber jetzt eine Person, der wohnt zwischen Wasserstelle und Wüste. Können wir ihm sagen, warum lernst du nicht? Aqidat Tahawiyah, Aqidat Al-Wasatiyah und und und. Natürlich nicht, weil er hat ein ganz anderes Umfeld. Sag mir mal bitte einer, der jetzt in Zwickau wohnt. Okay, heute habe ich es auf Zwickau abgesehen. Wo soll er lernen? Wo? Sagt man, ja, aber der weiß doch, wo hier die Unterrichte... Wer sagt dir, dass er das meint? Denkst du, jeder kennt uns? Denkst du, jeder kennt die Bücher, die er lesen muss? Jetzt, ich meine, jetzt einer, der neu den Islam annimmt, ja? Kannst du ihm irgendwelches Buch geben? Du kannst ihm irgendwelche... Der wird alles mitnehmen, richtig? Weiß er zu unterscheiden? Nein. Du kannst ihm ein Buch von Shia geben, von Sufis geben, von irgendjemandem geben, der denkt, das ist richtig. Warum? Der ist so motiviert und so, subhanallah, erleichtert, den Islam anzunehmen, angenommen zu haben. Dann sagt er oder denkt sich, okay, das wird schon alles Islam sein. Ich erzähle euch mal ein gegenteiliges Beispiel. Ich habe in Erfurt einen Bruder kennengelernt. Ich habe ihm gesagt, subhanallah, wo bist du konvertiert? Er sagt, zu mir in der Schule. Ich sage ihm, wie in der Schule? Er sagt, ja, wir sind vom Osten und da haben wir Unterricht gehabt, Ethikunterricht. Und dann hat unser Lehrer einmal das Christentum vorgestellt und das Judentum und den Islam. Ich habe den Islam am besten gefunden, dann habe ich den Islam angenommen. Ein Käfer hat mit ihm Daua gemacht, subhanallah. Ein Käfer hat ihn zum Islam gebracht. Und dann wollen wir sagen, ja, der wird schon zu alles. Es gibt Leute, die haben kein Wissen. Die wissen, okay, Allah ist der Einzige und die wissen, Mohammed ist sein Gesandtag. Ja, aber viel mehr wissen sie nicht. Deswegen, ja, ich war, es kommt darauf an. Hast du die Möglichkeit des Wissens, dann bist du verpflichtet, das Wissen anzueignen. Und wenn nicht, dann wirst du zur Rechenschaft gezogen für dieses fehlende Wissen, was du dir hättest aneignen können. Wallahu ta'ala, a'ala, wa'ala. Na. Nur zum Thema, ja. Zum Thema. Alhamdulillah, dass die Leute mal alles verstehen. Barak lafikum, wa jazakum la khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.